Immer wieder berichtet über zu hohe Kontaminierungen durch Gülle. Hannover 1, Trinkwasser in Deutschland, Wasserwerke fordern mehr Verantwortung. Bayerischer Rundfunk, Landwirte düngen mit Gülle. Ärzteblatt, Gülle aus Schweineställen trägt nach Angaben der Umweltschutzorganisation Greenpeace großflächig multiresistente Keime und Antibiotika in die Umwelt. Mein sauberes Trinkwasser. Heute Landwirtschaft, Gülle, Trinkwasser, alles gut? Hannover 1, in einigen Regionen in Deutschland liegt der Nitratwert des Grundwassers weit über den zulässigen Grenzwerten. Die Betreiber der Wasserwerke warnen vor einer Verunreinigung des Grundwassers, die langfristig die Qualität des Trinkwassers gefährdet. Sie fordern die Verursacher der Verschmutzungen, vor allem Bauern, die Düngemittel Nitrat enthalten, zu mehr Verantwortung auf, um die Verschmutzung zu verhindern. Denn Reinigungs- und Filtermaßnahmen sind teuer, vor allem für die Verbraucher. Bayerischer Rundfunk berichtete, Landwirte düngen mit Gülle, um ihre Pflanzen optimal mit Stickstoff zu versorgen. Allerdings kommt es häufig zu Verlusten. Nitrat ist im Boden mobil und gelangt irgendwann ins Grundwasser. Um unser Trinkwasser besser zu schützen, wird seit Jahren an einer strengeren Düngeverordnung gearbeitet. Denn Nitrat wird im menschlichen Organismus zu Nitrit, das potenziell krebserregend ist. Ein Klärwerk kann nur das Abwasser reinigen, was dort auch ankommt. Ein Großteil wird über dezentrale Kleinkläranlagen, vor allem in der Land- und Viehwirtschaft oder andere Wege, wie das Ausbringen von Gülle, unkontrolliert in die Umwelt abgegeben, von wo es aus dann wieder ins Trinkwasser gelangt. In den Ausscheidungen von Menschen und Tieren ist der größte Teil von Medikamenten noch enthalten, da der jeweilige Organismus nur einen kleinen Teil der Arzneimittel aufnehmen kann. Abwasser, Grundwasser und Trinkwasser wurden über einen langen Zeitraum mit Stoffen kontaminiert, die gegenwärtig weder im Klärwerk noch im Wasserwerk geprüft oder herausgefiltert werden. Hier ticken Zeitbomben. Denn die Konzentrationen dieser Gifte nehmen im Erdreich, den Flüssen und Seen sowie im Grundwasser auf diese Weise kontinuierlich immer weiter zu. Bei den Bakterien entwickeln sich durch Mutationen immer neue Resistenzen. Tipp, neben Präventionen in allen Bereichen gibt es eine individuelle Lösung, um sich selbst zu schützen. Mit einem wirksamen Trinkwasseraufbereitungssystem in der eigenen Wohnung können wir vorbeugen und sicher gehen, dass wir keine Stoffe wie multiresistente Keime, Antibiotika, Medikamentreste, Gifte oder Mikroplastikpartikel zu uns nehmen. Eventuelle Kontaminierungen, auch Unbekannte, werden damit automatisch herausgefiltert. Wenn Sie mehr über sauberes Trinkwasser wissen möchten oder über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann abonnieren Sie den YouTube-Kanal Mein Sauberes Trinkwasser. Wenn Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems, dann können Sie mehr über die Wahl des richtigen Trinkwasserfilteraufbereitungssystems,